Ich bin ganz gut. Diese Schmerzen abends zurückzuführen zu unserem Geisteszustand, zu dem Momenteszustand. In dieser Stunde heute der untere Bereich des Rücken und die Wirbelsäule steht für die Unterstützung in unserem Leben. Je nachdem welcher Abschnitt ist schmerzhaft, hat er auch seine Bedeutung. Der untere Rücken ist auch für unsere Emotionen, aber auch für unsere Stabilität. Was nimmt unsere Stabilität im Leben? Was bringt uns durcheinander? Dass wir nicht mehr in unserer Mitte sind, dass wir nicht mehr gerade gehen können. Spürst du, welche Botschaft deine Schmerzen unter deinem Rücken hat? Schau mal. Komm in eine bequeme Sitzhaltung. Schau, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Dann Kopf gerade. Das heißt, der Schalter bricht die Decke. Die Hände erstmal offen. Offen auf deine Knie. Und mach die Augen zu. Atme einfach mal tief ein und tief aus. Atme ein, nimmst du Lebensenergie. Atme langsam aus und lass los. Die ganze Stress, die ganze Anspannung, die du hast heute. Atme tief ein und atme tief aus. Ich atme ein. Lebende Energie. Ich atme aus und lass los. Und spür, wie du immer ruhiger wirst, wie du entspannter wirst. Und längst deine Aufmerksamkeit in deinen Brustkorb, in deinen Herzbereich. Und stelle dir vor, dass dein Brustkorb ein kleines Licht wäre. Und bei jeder Aussage, dass dieses Licht sich verbreitet in deinen Brustkorb. Ganz hell. Ganz rein. Und dann bei der nächsten Einatmung. Schickst du aus deinem Herz Richtung Wirbelsäule entlang. Richtung unten, zum Boden. Und bei der Ausatmung. Lass du aus der Erde die Verbindung in deiner Wirbelsäule entlang wieder hoch zu deinem Herz. Atme ein. Aus deinem Herz kommst du Richtung Boden. Spürst du diese Verbindung zu der Erde. Und atme aus. Lass du diese Kraft und Stabilität in deiner Wirbelsäule bis deinem Herz zurück. Mach das ein paar Mal in deinem Rhythmus. In deinem Atem und Rhythmus. Und spür, wie diese Energie, die fließt entlang deiner Wirbelsäule nach unten. Und fließt zurück nach oben. Und nun aus deinem Herz. Atme ein. Lass du aus deinem Brustkorb Richtung Himmel entlang die Wirbelsäule nacken. Kopf schalten. Und bei dir ausatmen. Lass du wieder diese Lichtenergie, das Göttliche, das Ganze wieder in dir fließen. Bis zu deinem Herz. Atme ein. Atme ein. Und atme aus. Lass diese Energie zurück zu deinem Herz. Lass dein Herz strahlen. Lass dein Herz strahlen. Lass dein Herz strahlen aus dem Himmel und aus der Erde. Mach dich bewusst, dass du eine Bitte klick zwischen Erde und Himmel. Spürst du mit dir die Wahrheit, die Unendlichkeit. Spürst du, wie du nur aus dem Herz bestehst. Aus Liebe bestehst. Und lass du diese Energie aus deinem Herz in deine Hände fließen. Und vielleicht spürst du schon ein Kribbel in deinen Händen. Wenn es für dich schwierig ist, kannst du auch deine Hände zusammentreiben, bis sie ganz warm werden. Bis du spürst, wie deine Hände kribbeln. Machst du ganz. Und dann legst du deine Hände ganz ein in dein steils Bein und vorne auf deinen Bauch. Oder vielleicht für dich ist heute ein anderer Ort, wo besondere Aufmerksamkeit sein möchte. Und nimmst du bei der Einatmung deine Herzenergie. Bei der Ausatmung. Lass es fließen durch deine Hände, in deinen unteren Rücken, in deinen unteren Bauch. Und spür, wie dein Rücken durch den Kontakt deiner Hände, durch deine Atmung. Wo deine Gedanken sind, da fließt die Energie hin. Und lass aus deinem Herz diese Liebe durch deine Hände in dich wieder einfließen. Diese Heilung Energie. Atme tief ein und atme aus. Und vielleicht ist für dich die Frage, welche Botschaft an meine Schmerzen zu zeigen. Vielleicht kommt eine kleine Idee, warum dieser Körperteil gerade schmerzt. und lass den ersten Eindruck, die erste Antwort der richtige sein. Und wenn du ihn in Frage stellst, nimmst diese Botschaft und speichert einen Moment die Botschaft. Und vielleicht kommt schon aus deinem Herz die Möglichkeit, dich selbst zu verstehen, diese Botschaft zu verstehen. In dem Moment, wo du das verstehst, kannst du auch diese Schmerzen wandern. Und langsam die Hände wieder schließen. Lösen mal nicht runter. Vielleicht deine unteren Arme wegstreichen. Deinen Körper wegstreichen, dass alles wegkommt. Und dann machst du die Augen auf. Und dann kommst du mit den Vierfüßerstand. Achtet, da ist deine Hüfte über die Tiefe. Die Hände unter deine Schulter. Und dann kommst du mit den Boden. Und dann kommst du mit den Boden in Kontakt. Atme rein. Mach sie ganz, ganz, ganz rund. Bleib so einen Moment da. Bleib die Hände rund. Und ausatmen. Streckst du deine Wirbelsäule. Blick leicht nach vorne. In Atmen. Mach sie wieder ganz rund. Und dann bewege sie ganz langsam deine Wirbelsäule. Was dir den ganzen Tag den Körper unterstützt. Die Stabilität gibt. Und dann wieder den Tal. Lässt du die Knie auseinander. Die Hüfte richten die Ferse. Die Hände bleiben nach vorne und kommst so tief. Und diese Botschaft, die du bekommen hast, was brauchst du, um das zu ändern? Was kannst du tun? Die erste Antwort nimmst du wahr, ohne zu viel Unterhalt, nimm einfach wahr, was kommt. Deine rechte Hand geht zu der Decke, du machst dich auf und bei deinem Lächster aus hat man den Hals, die rechte Hand zwischen den Knie und die linke Hand geht über den Kopf nach sich lang. Schau, dass deine Hüfte tief in den Hals, spür die Dehnung, die linke Seite wieder ein, die Schulter zu Boden, atme dann nochmal tief ein und tief aus. Und bei jeder Ausatmung, lass doch ein bisschen mehr los. Atme ein und atme aus. Wie du dein Herz entlassen, von deiner Schulter zurück zu die Erde, Atme ein und aus, löst den linken Hand zu Kopf, drückst die Hand, kommst du wieder hoch, Hände zu Boden, press deine Hüfte zu Fersen, mach dir lang deine Wirbelsäule und dann wechselst du die Seite, die linke Hand, löst den Boden zur Decke, mach dich ganz lang und die linke Hand zwischen rechter Hand und Knie, Schulter zu Boden und rechter Hand über den Kopf. Und atme ein paar Mal tief ein und tief aus, spür die Länge von deiner rechten Flanke, spür die Schulter zu Boden, wie du alles zurückfließt, was dich belastet. Lass diesen Rucksack los. Und du bist langsam, die rechte Hand zu Kopf, press deine rechte Hand und kommst du wieder nach oben, mach deine Wirbelsäule lang, dein Kopf in die Verlenkung, deine Wirbelsäule, und press die Hände am Boden, so wie du dich mit deiner Hüste kraftig ganz lang machen möchtest. Und du kommst zu den Ellbogen etwas tiefer, deine rechte Hand kommt zwischen den linken Knie und linken Hand. Die Schulter geht Richtung Boden und deine linke Arme ab, sie kreuzen sich. Du kommst nicht so weit tief, stehen Richtung Boden, spürst du wie deine Schulter gedehnt. Kopf durch den Boden, tief einatmen und aus, genießen. Kopf durch den Boden, tief einatmen und achten mit deinem Körper. Du kommst mit den Händen wieder nach vorne, kommst so hoch, wieder in den Vierfüßelstand, die Knie unter deine Hüfte, atmen ein, mach dich ganz rund, atmen aus, strecken. Einatmen, ganz rund und strecken. Und jetzt lass die Hüfte über die Knie, die Hände, geht weiter nach vorne. Und dann kommst du mit deinen Oberköpfen, mit deinem rechten Hut. Brustkopf Richtung Boden, Stirn zu Boden, soweit es geht. Atmen ein und atmen aus. Spür dich der Hinnung, spür dich die Länge in deiner Wirbelsäule. Und lass alles los, was nicht mehr gebraucht wird, sag Ja dazu. Bei jeder Ursache, lass du ein bisschen mehr los. Und an deinem Verlösel, die Hände, bis zum Kopf, kommst du wieder in den Vierfüßelstand. Von den Vierfüßelstand über die Knie kommst du hin um die Kette V. Und lass vielleicht die Knie bohlen, dafür die Hüfte Richtung decken. Es ist nicht wichtig, wie auch die Ferse am Boden sind. Es ist mir jetzt wichtig, dass deine Wirbelsäule lang ist. Press deine Hände am Boden. Spür dich die Länge in deiner Wirbelsäule. Atmen ein und atmen aus. Einatmen und aus. Und dann ganz langsam. Press mit den Füßen nach vorne. Press mit deinem rechten Fuß, mit deinem rechten Sein, mit deinem rechten Hand. Legen, mit deinem rechten Hand. Kommst du mit die Hüfte tief. Die Hände gefaltet von deinem Herzen oder zum Boden, damit Stabilität. Schaust du nach vorne und mach deine Wirbelsäule lang, den Kopf zu decken. Nimm die Verbindung zu der Erde und Vertrauen. Vertrauen des Prozessors Leben. Wie es ist, ist genau richtig. Spür die Unterstützung, indem du im Moment vertraust. Dass genau so den richtigen Moment, kommt das Richtige für dich. Auch wenn manchmal ist es nicht, was du dich wünschst. Vertraue, dass das zu deinem Leben gehört. Und dann langsam die Hände zu Boden. Bringst mit deiner Hüfte Richtung Decke. Lass die Knie hingebeugt. Kopf zu Boden. Du kannst auch die Hände lösen, die Ellbogen zusammen und Kopf zu Boden. Spür wie deine Wirbelsäule lang ist. Atme ein und atme aus. Lass das Gewicht die Wirbelsäule strecken. Und genieße. Und genieße. Führst du die Hände zu Boden. Dann streckst du deine Wirbelsäule. Lass uns die Knie gebeugt. Oder die Beine gestreckt. Schau, was deine Flexibilität aus deinem Körper dich erlaubt. Beide sind richtig. Ob sie dich deine Wirbelsäule lang ist. Wandest du mit deinen Händen auf die rechte Seite. Lass die Knie gebeugt. Und lass dich stehen. Wieder rührst du die Hände. Blatt auf die rechte Seite. Und wenn du die Hände zu Boden streckst, kommst du in die Mitte. Und wandest du auf die linke Seite. Löst du die Hände zu Ellbogen. Mach deine Wirbelsäule lang. Entweder die Beine gestreckt oder leicht beugt. Schau, was du brauchst. Und atme nach einmal die Feine aus. Löse wieder die Hände zu Boden. Kommst du in die Mitte. Press die Füße an den Boden. Lass dich stehen. Schau, dann kommst du ganz langsam. Wirbeln zu Wirbeln. nach oben. Ganz, 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 ganz. Bis du oben bist. Und löst. Komm, so am Anfang deine Matte. Beginn in den Sonnenbruch. Schau, dass die Füße parallel sind. So gerade wieder eine Lüftung. Schau, die Schulter sind offen. Die Daumen von der Seite. Press die Füße am Boden. Bring die Muskelenergie in die Mitte. Schau, dass von der Hüfte zu Boden die Energie geht. Press den Boden. Mach dich lang. Schau. Die Schulter sind offen. Scheide zu decken. Mach gut die Augen zu. Spür in dir die Präsenz. Den Moment. Nimm deine Wirbelsäule wach. Nimm deinen roten Rücken wach. Was hat sich verändert? Wie fühlt sich gerade das an? Was brauchst du? Atme tief ein. Atme aus. Die Hände. Die Falte vom Herzen. Atme. Die Arme über den Kopf. Press die Füße am Boden. Mach dich lang billig zu decken. Ausatmen. Beut die Knie. Mit geraden Rücken. Also langsam nach hinten. Hände zu Boden. Einatmen. Rechte Füße nach hinten. Ausatmen. Knie zu Boden. Achtet auf deine Wirbelsäule. Einatmen. Liege Fuß nach hinten. Reposition. Ausatmen. Knie. Brust. Stern. Einatmen. Einatmen. In der Kobra. Punkt deine Hände tiefe zu Teilen. Einatmen. Ausatmen. Über die Knie. In die Kette. V. Mach dich lang billig zu sein. Einatmen. Rechte Füße nach vorne. Knie zu Boden. Einatmen. Einatmen. Lege Fuß nach vorne. Ausatmen. Stehen zu stehen. Einatmen. Gerade Rücken. Nach oben. Mach dich lang. Ausatmen. Die Arme. Die Arme nach vorne. Einatmen. Einatmen. Lege Fuß nach vorne. Einatmen. In den linken Fuß nach hinten. Ausatmen. Knie. Ausatmen. Einatmen. 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 Lege Fuß nach vorne. Einatmen. Lege Fuß. Hände zu Boden. Hände zu Boden. Hände zu Boden. Lege Fuß. Ausatmen. Knie zu Boden. Achtet, das ist eine Wäge Salern. Einatmen. Rein. Position. Ausatmen. Knie. Brust. Stell. Einatmen. Im Koba, aus, über die Knie, umgekehrte Fahne, atme den linken Fuß nach vorne, aus, gewisse Boden, ein rechter Fuß, aus, steh zum Boden, ein, gerade rücken, nach oben, aus, nachstehen, Tadasana, Bergstück, press deine Füße am Boden, deine Beine, die Füße sind so breit wie deine Hüfte, die Flanke sind lang, die Schüttel sind offen, die Daumen nach außen, spür die Länge in deiner Wirbelsäule, spür deinen Körper, spür die Präsenz in dir, und spür, ja, ich lasse alles los, und ich vertraue, ich vertraue den Fluss des Lebens, und ich vertraue den Fluss des Lebens, ich fühle mich unterstützt durch das Leben, ich vertraue. Atme ein, atme aus, seine Hände gefadet vom Herd, atme die Arme über den Kopf, ausatmen, beug die Knie, kommst du tief und gerade rück, am Boden, und du kannst die Beine beugen, schaust du, wie du das machen möchtest, die Hände vorn, und kommst du ganz lang, egal, ob du die Beine strecken oder die Beine beugen, schau das, du kannst auch tiefer gehen, und versuch, die Füße an den Boden, verbittest du mit den Händen, sowohl mit deinem Arm zu gehen, sowohl mit deinem Tun, mit deinen Händen, und versuch, durch diese Beine anzukommen, die unterstützen, die längeren Wirbelsäule zu spüren, press die Füße an den Boden, spüren, die unterstützen, was das Leben dich gibt, und vertraue. Und langsam die Hände, wieder zu Füßen, kannst du den rechten Fuß nach hinten, komm, hinten dazu, komm, so eben, wie geht es. Deine Beine beugen lassen, ob sich dein Rücken gestreckt ist. Das ist das Wichtigste. So, und jetzt löschst du den rechten Fuß, und erst mal machst du mit deinem rechten Knie, kreisen, von vorn nach hinten, lass du deine Hüfte kreisen. Wechselst du die Richtung, also drei Kreise, und zu den Beinen hoch, lass die Hüfte, erst mal geschossen, lass die Hüfte, dann lass das Boden pressen, den Boden, mit deinen Händen, spür die Länge zwischen deinen Händen und den rechten Fuß. Und dann mal so, du hast deine Knie, zum Bauch, und einfach den rechten Fuß, und die rechte Hände nach vorne. Platziere dich in den Knie, bis über die Ferse, das Bein hinterher ist gestreckt, die Hände sind nach innen. Und lass den Hüfte nicht einfach hängen, schau, dass du aktiv in die Position, in den rechten Fuß, fest an den Boden liegen, Bein ist gestreckt, deine Vibelsäule ist gestreckt. Und atmen ein, und atmen aus. Und wir bleiben in den Momenten da. Und du machst die Augen zu und genießen. Verbindest du mit die Erde, indem du deine Füße, deine Hände am Boden prässt, und deine Füße sogar mit Laune gehst. Blick ist nach unten, und bleibst jetzt ein bisschen in der Yin-Element, das heißt, wir bleiben ein bisschen länger in jeder Position. Und wenn du mehr möchtest, wenn du mehr brauchst, du kannst immer zu bleiben, wenn du bist, und du kommst tief hin, das heißt, die Ellbogen geht zu Boden. Press die Ellbogen, den Boden, und schau, dass du wie die Hüfte trotzdem hoch abgestattest, und bleibst in der Atme, tief einladen, nur aus. Und genießen. Genießen kann es, in dem Moment zu sein. Das ist ganz bei dir sein. Auch das heißt, ja zu sein, was du gerade tust. Langsam kommst du wieder hoch, die tief gegangen sind, presse deine Hände, und kommst langsam wieder hoch, und geh in die Beine. Spür den Unterschied zwischen der rechten Hüfte und der linken Hüfte. Du kannst die Beine beugen, bleibst du aber tief, und dann langsam löst du den linken Fuß und kreisst du mit deinen Knie. Erstmal dreimal von vorn nach hinten, und dann wechselst du die Richtung von hinten nach vorn. Dann bringst du deine Beine nach hinten, achte, dass deine Hüfte parallel zum Boden bist du gestreckt, von deinen Händen bis den Fuß spür die Länge, spür die Länge. und dann pressst du den Boden und die ganze Lange und bringst du deinen Knie zum Bauch und den Knie zu den linken Hand. Bring deine Knie über die Ferse, deine Beine gestreckt, Hände zum Boden und lass dich nicht so hängen nach unten. Versuch, aktiver da zu sein. Und die Hüfte, deine Wirbel sogar lang den Kopf in verlenkenden Lösung. Und bleib dir in der Atem. Spür deinen Körper, versuch, dich immer wieder mit deiner Atmung zu verbinden, mit deinem Körper, mit dem Boden, der dich tritt, mit dem Moment, wo du gerannt bist. Wenn die Gedanken kommen, lass die Gedanken kommen, aber lass sie wieder gehen. Wenn du mehr möchtest, kannst du gern mit den Ellbungen etwas tiefer gehen. Es ist noch ein Eingebaut. Bleib dir aktiv. Wenn so viel für dich ist, kannst du oben bleiben. Beide Positionen sind richtig. Tief ein und aus. Ich schalte mir rein, ich nehme Lebenskraft und ich schalte mir aus, lass los, was mich belastet. Langsam komme ich wieder hoch, platziere mich wieder und komme wieder über die Kette vor. über die Beine gestrippt oder in die Beute knie. Und dann kommt zum Langsam tiefer. In der Viertelstunde noch einmal einatmen rum, ausatmen, geragen, einatmen rund, ausatmen, strecken. In der Viertelstunde und dann die Kette lehnen auseinander, komm zum Tiefen in deinen Oberviertel, still zu Boden, Arme nach vorne bringen. Tief einatmen, ausatmen, ausatmen, und bei ausatmen lässt du alles los. ausatmen, spür, wie dein Rücken sich immer mehr entspannt. den Atmen und aus. Und willkommen auf den Rücken. Bringst du deinen rechten Fuß zu deinen linken Knie. Dann bringst du deine linken Knie langsam zu Bauch. Achte, dass deine Knie offen ist auf der Seite. Und du bestimmst die Intensivität. Du kannst ihn mit deinem Knie in den Händen oder einfach an den Oberschenkel. Du bestimmst die Intensivität, wie viel es sein darf. Wie viel Öffnung du zuletzt. Bleib in der Atmung. Immer wieder. Damit das ganz bei dir bleibt. Ganz in deinem Körper bleibt. Ganz in deinem Körper bleibt. Ganz in deinem Moment bleibt. very können. Tief aus. Und aus. Aufmerksam lösen, besser zu den Fuß, das ist der hinter Fuß, zu den rechten Kno. Rechte Knie bringt Richtung Bauch, entweder nimmst du den Knie zu dir oder die Oberschenkel, statt dass dein Knie offen ist. Es ist nicht wichtig, wie tief, du bist Bauch, du kannst auch ganz oben, dass du deine Hüfte offen musst, der Fuß ist flex. Und du bestimmst die Intensivität, wie viel sein darf. Tief einatmen und aus. Und dann langsam lösen, bis du die Füße sind, hast du dein Gesicht. Du siehst, die Arme mit dem Kopf und du gehst dann kaum rein. Einatmen, die Hüfte nach oben und aus. Einatmen, nach oben und aus. Einatmen, Hüfte nach oben, bleib so oben. Press deine Schulter am Boden, press die Füße am Boden. Gehst du ganz hoch. Einatmen, nach oben und aus. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, bla 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 und lösen. Press die Knie zum Bauch, press die Knie auf die Seite. Dein Oberkörper, die Hände von innen nach außen zu den Füßen und spürst ein bisschen rechts, ein bisschen links. Spürst du deine spielerische Freude, in der spürst du, wie es gut tut, wenn du alles loslässt, wenn du an nichts mehr festhängt. Wenn du deine Botschaft bereit bist zu lösen, bereit für dich, auf dich zu schauen. Indem du das Leben vertraust. Glaubst du wieder einen Moment. In der Stirn, knieße. Nach unten. Halt meine Augen tief ein und tief aus. Und lösen. Lass du die Knie zum Bauch, die Arme sind offen auf die Seite. Bringst du deine Knie auf die linke Seite. Ganz nah. Auf die rechte Seite. Halt meine Augen tief ein aus. Lass dich schultern zu Boden. Genieß diese Drehung. Genieß diesen Moment. Hänge nach dem und aus. Rechte Hand geht wieder zur linke und präsent an den Knie. Und riss das Mal auf die Knie, auf die rechte Seite. Schulter zum Boden. Blick auf die linke Seite. Warten. Lassen wir mal tief ein und tief aus. Bei jeder Augen sagten, lass uns ein bisschen mehr los. Pusten an den linken Kanten zu deiner rechte. Bens und wieder deine Knie in die Mitte zu Bauch. Bisschen rechter, bisschen links. streckst du deine Beine zu weit mit deiner Matte, die Hände auf und nach oben. In einem Moment, dass sie abends in Kontakt zu deinem unteren Rücken, in Kontakt zu deiner Stabilität und Emotionen. Und du sagst, ja, ich habe diese Botschaft gehört, verstanden und ja, ich bin bereit, auf mich zu schauen. Oh mein, ich bin nervös. Kommst du über die Seite nach vorne und schneidest jetzt. Bringst du deine Hände gefaltet vor dein Herz. Lass deine Hüfte zu Boden, lass deine Wirbelsäule lang, lass deine Schattel zu Decke. Spür, wie deine Wirbelsäule dich unterstützt, die Stabilität gibt. Wir unterstützen jede Lebenslage. Spür in dir einen Moment, spür die Dankbarkeit, die Dankbarkeit für deinen Körper. Die Dankbarkeit für dein Leben, für deine Erfahrungen, die du jeden Tag machst. Die jeden Tag ein Stück Weisen bringt. Spür diese Fühle, die sich dein ganzer Körper lässt. Und wir singen noch gemeinsam einen Raum zum Ende dieser Yoga-Praxis. Atme tief ein. Atme tief ein. Atme ein. Wir beginnen. Atme tief ein. Und reput dich zehn. Und löst so langsam die Hände wieder zum Knie, macht die Augen auf. Und ich bedanke mir, dass Sie heute gekommen sind, dass Sie mit der Studie mitgemacht haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder nächste Woche am Montag. Gute Zeit. Danke. Gute Zeit.